Ja mit Chineser und so. Was? Chineser und so? Ja. Wohin? Was? Da geradeaus, auf das Ding da. Achso. Äh, was war denn Chineser? Ne, ne, Chineser mit Kreis. Schon richtig. Und dann? Drücken, drücken. Achso, ah! Ah! Mach's nicht! Gut. Machen wir sie alle fertig. Äh. Das ist cool, ja. Ich, äh, sterbe. Ah. Da ist auch eine Taktik. Ja, ne? Laben sich die Mannschaften wegslandieren. Ich lass uns in Ruhe. Auch. Auch nicht. Hilfe. Hier sind so ein paar. Gegner. Ich dachte, da hängt ja auch noch einer. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich denke, hier hinten. In den Fahrstuhl. Also, wenn irgendwie eine Katastrophe ist, soll man doch eigentlich keine Fahrstühle benutzen, oder? Nee, wenn's brennt. Wenn's brennt. Achso, nur wenn's brennt, okay. Ja, nur wenn's brennt. Isaac, wie kommen Sie voran? Ich hab den Funkraum gefunden. Geben Sie mir eine Minute, um die Abriegelung zu deaktivieren. Oh, hier hinten. Das ist gut. Alles voller Somat. Ich hab schon wieder Medi-Packs ohne Ende. Naja. Hab ich auch. Im ersten Teil brauchte ich auch mehr Medi-Packs. Wir lassen uns einfach zu selten treffen. Oh, da hinten leuchtet's. Am Hof. Hey, Play da. Och. Allerdings, hier ein bisschen Wolfram. Ich weiß gar nicht. Ich finde gar nicht. Irgendwie hab ich das Gefühl. Was ist das hier? Schaltkreuz? Sicherung? Benutze Steuerkreuz, um den Strom zwischen den Systemen auszugleichen. Achso. Au! Ja, warte, warte. Und so. Ich warte, ja. Ähm. Mama. Das war auch wieder nicht richtig. Nein. Weil ich eigentlich helfe? Ich weiß es gar nicht. Und wenn, dann ganz minimal. So, warte. Ähm. Nee. Boah. Und schon. So, jetzt. Irgendwas hab ich getan. Ich sag dir doch, dass ich es nicht weiß. Doktor Waffen. Jemand sendet eine kodierte Nachricht zum Planeten. Wir versuchen, Sie zu kontaktieren. Hm, ein bisschen blut. Doktor Serrano, sagen Sie mir. Nee, heute nicht. Hast du den Strom genug, oder was? Ja. 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 Tür. 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 Niemand überlegt. Verstanden. Nein. 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 Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht sein. Teil drin. Da hinten. Äh, aua Da hat mich ein Gegner angerotzt Schön, dass hier war aber vorhin schonmal Das ist richtig Katastrophe Noch ein bisschen was in Safe ablegen Pläne Also wenn, empfiehlt mir mal Altmetall Mir immer Wolf Und Altmetall, ja, das sowieso Können wir dann so ein Ding herstellen? Ich guck jetzt mal ganz kurz, ob wir so ein Ding kaufen oder herstellen oder sonst was können Objekte herstellen Ah hier, da brauchen wir auch Wolfram für das Ding, na toll Borgstange aus Wolfram, schön, danke auch Na gut Dann halt mich Warte, warte, warte Na, verdammt So So Haben wir nicht schon diesen komischen kleinen Roboter, sag mal? Oder kommt der erst später, oder? Keine Ahnung Also ich höre mal dieses Ich höre mal dieses Geräusch Das man hört, wenn man in der Nähe ist Und so ein Ding, aber wir haben tatsächlich keine Sucher-Bots Noch nicht Noch nicht Oh yeah Ich hab grad mal meine Peng Peng aufgerüstet Das ist sehr schön Hinten in dem Raum liegt noch ein paar Sachen, falls sie noch hier äh Okay So Ich bleibe So So ... ... ... ... Mhm, mhm, ne. So. Safe. Das kann er immer rüber. Und dann machen wir hier nochmal 1, 2 Minipacks rüber. Und du brauchst. So, wo meintest du denn jetzt? Hier. Hm, mhm. Hier. Hier. Ich sehe dich neunmal. Ich stehe doch hier, links von dir. Ach da. Ja, du stehst im Dunkeln. Ich hab doch Licht an. Hinter dir sind noch Schränke. Da müsste noch was drin sein. Hm. Müll. Müll? Man findet hier keinen Müll. Alles wertvoll. Naja. Fürs Spiel vielleicht. In Wahrheit ist es Müll. Aber. Es ist wertvolles Altmetall. Hm. Natürlich. Äh, was? Wir waren wo? Da. Alter. So. Monster. Machst du mit dem Ding überhaupt Schaden? Du wirfst die Monster immer nur um, hab ich das Gefühl. Hab ich auch gerade das Gefühl. Ich hab ihn noch nicht mehr. So. Loot, Loot! Warum? Was ist denn da? Eine Kiste, die war da in der Ecke. Die konnte ich nicht zertreten, deswegen hab ich so mir herangeholt mit. Das finde ich super, ist ein Medipack drin. Das hier? Ein Artefakt? Medipack? Artefakt entdeckt. Mhm. Wo müssen wir hin? Nein. Keine Ahnung, ich guck, ob ich hier noch was übersehen hab. Hole den Aufzug. Äh, was, wie, wo? Ah. Ah, ok. Ach, nach unten geht's. Öh. Äh. Ist doch schon wieder was. Da kommt was Ist hinten noch was? Wo hinten? Ich glaube, der Fahrstuhl war Ich glaube nicht Nicht wirklich Ich will loot Kommen Sie ran hier Ich suche erst nach loot Dann komm weg Ich darf nicht auf dich schießen Ich weiß Kommst du einfach Hier aus der Decke Ihr klebt sie da für mal Wart auf Partner Was? Partner wartet an der Tür? Was für eine Tür? Warum da hinten? Da sind wir hergekommen Da sind wir doch nicht hergekommen Doch Ja? Verstand Hier liegt noch was Da Überhaupt Und überall Ach, ständig diese kleinen Minipacks Ich hätte meins benutzen Munitionsclips ohne Ende Ach, was ist hier los? Äh, ekel Monster Wieder eine Werkbahn Das habe ich schon mal hier aufgesammelt Neue Waffenabgurz Was haben wir denn da? Neue Platinen Mal gucken Neue Platine gefunden Ein Scharn Ein Clip Waffenabgurz Die da Die macht mir Scharn Achso Wie viel Wolfram hast du? Nichts Ach Genauso viel Wege, ja? Aber ich kann jetzt ein Schruppendee herstellen Schön Ich glaube, das werde ich mal machen Dann habe ich wenigstens was, wenn die Monster zunahe kommen Ich glaube, meine Waffe jetzt auf zweimal Scharn gepimpt Oh Oh yeah Nach dem Plan zu urteilen kann ich Nichts machen Und nicht mal die Schrotflinte Alter Tausend Altmetall Ist denn die irre? Gott, das will So Anstrengung Ich hätte jetzt gelacht, wenn du da nicht mehr durchgehoben hast Kannst du das da abschalten? Oh, ja Wann dir ja Halblätter Aber mir auch nicht Was, Halblätter? Oh Achso, jetzt Ich werde schon lachen Aber jetzt wird es da heiß Oder ist nur Wind? Das ist, äh Da solltest du nicht drauf gehen Das ist eigentlich gar nicht Aber wird es heiß Elektrische Aufladung Was sollen wir jetzt hier tun? Ach, hier ist irgendwas Der hätte nur so eine Kiste Ach, hier rechts Äh, hier Komm her Wo bist du überhaupt? Äh, in dem Raum drin Komm mal hier Hier rüber Ach da Da was aufsammeln Wirk mal hier den Hebel Und dann müsste rechts davon Irgendwas aufblinken Okay Jetzt machen wir so Lissens kurz Achso, jetzt haben wir Jetzt haben wir den Schlüssel Jetzt können wir Irgendwo was erfinden Oder so Schön Ich dachte, jetzt kommen hier Monster Ohne Ende Oh Wir sind doch da Wir sind zum Thema Oh 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 Das ist doch noch wohl was. Das ist ja noch nicht was. Ah. Hm? Mal sehen, ob ich sie finde. Ja, ich hab sie. Ich schick's Ihnen auf Ihren Ortungs-Sender. Schön. Oh, der hemmt was. Oh, der hemmt was. Oh, der hemmt was.